So meine Lieben, einige Unternehmen haben jetzt ihre Quartalszahlen präsentiert. Ich versuche auch in den nächsten Videos so viel wie möglich davon abzudecken. Heute fangen wir jetzt einfach mal mit Paradox Interactive an. Da liegen die Quartalszahlen oder die Vorlage der Quartalszahlen schon ein paar Tage zurück, und zwar am 25. April. Wie wir hier sehen können, wurden die Erwartungen auch leicht verfehlt gegenüber den Analysten Erwartungen. Also praktisch vom Ertrag ist man 5% unterhalb den Erwartungen geblieben und auch beim Umsatz um 6% unter den Erwartungen. Der Aktienkurs hat sich daraufhin eigentlich kaum bewegt. Die Tage darauf ist er leicht angestiegen und jetzt ist er eher wieder ein bisschen zurückgekommen. Also eigentlich ein Non-Event für den Aktienkurs. Das war jetzt eigentlich auch schon zum letzten Quartal, also zum Q4, als die Zahlen im Februar präsentiert wurden. Dort war das Bild zwar ein bisschen umgedreht, das heißt man konnte die Analysten Erwartungen leicht schlagen, aber auch damals hat sich der Aktienkurs nicht bewegt. Insgesamt ist der Aktienkurs aber trotzdem jetzt seit dem Peak vom August oder vom Sommer 2023 bis jetzt um knapp 46% gefallen. Und die Frage stellt sich, wenn man sich jetzt vor allem mal auch die Zahlen anschaut, ist das jetzt eher eine Nachkaufgelegenheit oder nicht? Und ich will jetzt genau darauf eingehen. Ich habe zwar schon vor einigen Wochen ein Update euch geliefert, wo ich gesagt habe, wie meine Erwartungen eigentlich und wie mein Investment Case für die nächsten Jahre aussieht, aber trotzdem mal einen Blick in dieses Quartal, vor allem auch quer zu checken, wie hat sich das vielleicht nochmal verändert gegenüber meinem Investment Case oder nicht? Und wie schätze ich hier eben diese Situation ein? Kaufen, nicht kaufen? Würde ich persönlich jetzt nachkaufen oder nicht? Bevor wir tiefer in die Zahlen eintauchen, nochmal ein kleines bisschen Werbung, denn es gibt wieder eine coole Aktion mit dem Finanzpunkt der Zero Broker. Ihr könnt dazu einfach mal dem ersten Link unter dem Video folgen und den Promo-Code benutzen. Dann bekommt ihr bei Neu-Depot-Eröffnung 25 Euro Startguthaben. Kann ich jedem nur empfehlen, meinen Broker, den ich selber benutze und meiner Ansicht nach auch einer der besten Broker hier in Deutschland. Also wer gerne mal wechseln will oder sich ganz einfach nur 25 Euro sichern will, einfach mal den ersten Link folgen und den Promo-Code benutzen. Jetzt gehen wir auch rüber direkt zu den Quartalszahlen vom ersten Quartal Januar bis März und schauen uns an, was da passiert ist. Wenn wir grundsätzlich mal schauen, eines der wichtigen Punkte, wo ich jetzt hier auch gleich mal ein bisschen hervorheben will, auch als Abgleich gegenüber meinem Investment Case ist ja, wenn man hier mal schaut, Games in der Pipeline sind jetzt aktuell 10 Projekte. Davon habe ich in meinem Investment Case etwa 8 euch rausgefiltert oder gezeigt, was meiner Vermutung nach diese 8 Projekte sind. Im letzten Quartal, das heißt zum Q4, standen hier jetzt noch 9 Projekte. Das heißt, jetzt können wir dann sagen, okay, einer ist dazugekommen. Ne, es sind 2 neue dazugekommen. Wieso 2? Weil wir gleichzeitig auch einen neuen Titel veröffentlicht haben Ende März. Das heißt, von den 9 ist 1 weniger, 8. Und jetzt haben wir 10. Also 2 neue Projekte sind dazugekommen. In der Pipeline, welche das sind, lässt sich im Moment natürlich noch schwer sagen, wird sich sehr wahrscheinlich im Simulations- und Strategiebereich handeln. Also mich würde zum Beispiel sehr wundern, wenn jetzt Paradox tatsächlich die nächsten Jahre nicht die Total War Serie sozusagen angreifen will. Bei Civ hat man es ja schon ein bisschen probiert. Und wir schauen uns gleich noch ein bisschen an, wie sich das Game hier gegenüber meinen Erwartungen geschlagen hat, auch von den Verkaufszahlen. Aber hier erstmal der erste auffällige Punkt. Paradox hört nicht auf zu investieren, auch wenn das so ein bisschen als großes Fragezeichen in meinem Raum stand, weil die Anzahl der Projekte in der Pipeline immer weiter abgenommen haben. Jetzt kommen wieder neue hinzu. Also unterm Strich lässt sich sagen, Paradox investiert weiterhin in Wachstum. Und grundsätzlich, wenn man auch mal zu den Zahlen runtergeht, dann ergibt sich hier ein ganz interessantes Bild. Vor allem, wenn man so ein bisschen auch den Quervergleich zieht zum letzten Jahr. Also hier habt ihr jetzt die Zahlen für das erste Quartal von diesem Jahr und hier rechts von dem ersten Quartal 2023. Das erste, was man so ein bisschen feststellt, ist, oh, die zwei Quartale, die ähneln sich sehr stark. Also zumindest jetzt von den Ergebnisszahlen her, von den Umsatzzahlen her. Das heißt, wir haben hier eigentlich gleichbleibender Umsatz. Profit bleibt auch relativ gleich. Und unterm Strich haben wir gleiche Margen wie auch im letzten Jahr. Trotzdem würde ich hier einfach auf ein paar Nuancen eingehen. Denn eigentlich, wenn wir mal runtergehen hier auf die Anzahl der Mitarbeiter, dann würde man ja jetzt vermuten, wenn die Anzahl der Mitarbeiter um eine deutliche Anzahl abnimmt, also keine Ahnung, 70 Personen, man jetzt in diesem Quartal weniger hat als noch im letzten, dann würde man ja eigentlich erwarten, dass die Kosten sinken und die Profitmargen steigen. Also so ein bisschen auch, wie ich in meinem Investment Case für die nächsten Jahre angenommen habe. Wobei es bei mir dort weniger um die Personalkosten ging, als um ein bisschen anderes Thema. Und hier muss man jetzt auf einen Punkt schließen. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich vermute auch tatsächlich, dass die Personalkosten ein bisschen gesunken sind. Aber wieso man hier das Ganze noch nicht im Profit sieht, hat zwei Gründe. Zum einen hat man immer noch eine relativ hohe Abschreibungsphase. Weil sowohl City Skylines 2 von der degressiven Abschreibung noch relativ stark mit drin ist in den Abschreibungswerten her und Millennia jetzt rausgekommen ist und gleich auch im ersten Monat eine relativ hohe Abschreibungssumme bekommt. Das heißt, die Abschreibungen sind zum einen ein bisschen stärker als im letzten Quartal. Und zum anderen ist es jetzt so tatsächlich, dass man das Ganze noch nicht im Profit sieht, weil die Umstellung in der Aktivierung der Projektkosten jetzt auch anders ist als noch vor einem Jahr. Letztes Jahr war es jetzt zum Beispiel noch so, oder war es noch verstärkt so teilweise, dass die Projekte auch in einer relativ frühen Phase sofort in die Bilanz aktiviert wurden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn jetzt ein neues Projekt entwickelt wird und man ist sich noch nicht so 100% sicher, ist es über den Berg, werden wir es releasen oder werden wir es wieder einstampfen, dann läuft dieses Projekt in seiner Frühphase sofort in die Kosten rein. Früher wurden solche Projekte teilweise direkt in die Bilanz aktiviert, was dann zum Nachteil wurde, wenn man dann entsprechend irgendwann einen großen Schlag bekommen hat und eine große Abschreibung bekommen hat. Diese großen Abschreibungen sollten in Zukunft, ich sage sollte auf einen Sonderverhalt, gehen wir gleich vielleicht noch mal kurz ein, sollten in Zukunft abnehmen und wir dafür aber sofort mehr in den Kosten sehen. Das heißt, obwohl wir jetzt weniger Personal haben, der Umsatz gleich geblieben ist, ist die Kostenbasis trotzdem gleich geblieben, was aber darauf schließen lässt, dass jetzt einfach viel mehr Kosten reingehen, die man vielleicht vor zwei Jahren so noch nicht hatte, bringt aber eben den Vorteil, dass es eben in Zukunft keine großen Einschläge mehr von Abschreibungen geben wird. Zumindest nicht in diesem großen Maße, wie wir das in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Also grundsätzlich eher, ja ich sage mal, würde ich jetzt hier auf dieses Personallevel auch nicht so stark schauen, weil es jetzt eben noch andere Effekte gibt. Und was jetzt auch aus dem Earnings-Koll ein bisschen rausgekommen ist, was jetzt auch ein bisschen anders ist, als im letzten Quartal, wir haben, und das merkt man auch, wenn man jetzt auch andere Aktien, andere Unternehmen hat, der Markt im Gaming-Umfeld trocknet schon eher aus. Also das sieht man vor allem auch bei den großen wie Microsoft, wie bei Epic, dass diese ganzen Deals, die es vor zwei Jahren noch massiv gab, jetzt so nicht mehr gibt. Das heißt, diese großen Live-Service-Anbieter, wie zum Beispiel Microsoft mit seinen Game Pass, da, das ist nicht mehr so stark und der Geldbeutel sitzt nicht mehr ganz so locker, wie ich von noch vor ein paar Jahren, wo wirklich ganz, ganz viele Titel, ja, finanziert wurden. Und letztes Jahr hatte jetzt Paradox auch einen Deal mit einem Live-Service-Anbieter, wo man jetzt in diesem ersten Quartal nicht mehr hat. Das heißt, der Umsatz ist auch hier schwächer und dieser Umsatz ist eigentlich mit relativ wenig Kosten verbunden, weil das Projekt sowieso schon entwickelt wurde oder schon entwickelt wird und dementsprechend eigentlich keine zusätzlichen Kosten verursacht. Also insgesamt ein ganz normales Quartal, aber wenn man mal ein bisschen unter die Motorhaube schaut, dann sieht man durchaus einige Veränderungen grundlegend beim Unternehmen. Dieses Ganze zu bewerten, ich würde sagen, dass es sich jetzt hier um kein besonderes Quartal handelt. Wir werden in dem nächsten Quartal noch ein paar Besonderheiten erleben und auf die gehen wir vielleicht jetzt auch gleich mal ein. Zunächst einmal der nächste wichtige Release und das nächste wichtige Ereignis wird auf jeden Fall das zweite Quartal sein, weil wir dort, ich sag mal, den zweitwichtigsten Titel dieses Jahr sehen werden, nämlich Live by You. Ich habe ja etwa gesagt, dass wir mit 500.000 verkauften Kopien rechnen können. Die Anzahl nimmt jetzt wieder ein bisschen ab, weil der Release auch hier jetzt wieder verschoben wurde auf den Juni. Wir sehen aber, dass die Dynamik jetzt auch nicht, im Moment zumindest, noch nicht weiter zündet und das Ganze jetzt auch im Early Access angeboten wird. Also tatsächlich habe ich mir vor ein paar Jahren hier beim Titel noch mal ein bisschen mehr versprochen, als jetzt hier in den Vorverkaufszahlen zu sehen ist. Wir werden einfach mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt wird. Ich erwarte es sogar tatsächlich jetzt auch bei diesem Titel wieder eher eine ausgeglichene Bewertung, also keine großen, kein Groß, größtenteils positiv und dann müssen wir mal schauen. Der große Nachteil bei diesem Titel ist, was ich auch vermute, das werden wir dann bei den Kosten sehen, im nächsten Quartal oder auch im übernächsten Quartal, ist es dadurch, dass es sich um ein US-Studio handelt, wieder an der Westküste. Wir wissen, ganz, ganz teures Pflaster. Könnte ich mir vorstellen, dass die Projektkosten hier relativ hoch sind und ob die sofort über diesen Early Access reinkommen oder nicht, bleibt die Frage. Also hier im Endeffekt einer der Titel, der dieses Jahr ganz wichtig wird. Im Moment vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen, ob das Ganze tatsächlich den Umsatz einbringt, wo man sich ja auch oft hatte. Aber auch dazu bitte gerne mein Investment Case Video anschauen. Selbst wenn das Ganze sich nicht etablieren wird und wir in zwei, drei Jahren das Projekt nicht weiterentwickelt wird, wenn es aus dem Early Access rauskommt und eben dann nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt wird, das ist auch schon in meinem Investment Case drin. Und trotzdem habe ich auch damals schon gesagt, dass Paradox sehr attraktiv bewertet ist. Das liegt vor allem daran, dass das eigentliche Kernportfolio weiterhin sehr, sehr stark ist. Also hier Live by You würde ich auf jeden Fall mal als Aktionär beobachten, wie das Ganze im Juni startet. Ich persönlich erwarte jetzt eher ausgeglichene Bewertungen und dann müssen wir mal schauen, wo das Ganze sich hin entwickelt. Der andere Titel, der jetzt hier dieses Quartal veröffentlicht wurde, war Millennia. Auch dieser Titel ist jetzt hier mit einem Mixed Rating reingekommen. Wenn man hier mal auf die Verkaufszahlen schaut, also vom Peak her, von den ersten Verkaufszahlen initial war es eigentlich genau nach meinen Erwartungen. Die Dynamik hat ein bisschen nachgelassen. Wir sehen jetzt hier im Moment knapp 72.000 verkaufte Kopien. Ich habe ja für mein Investment Case zumindest für dieses Jahr mit 250.000 verkauften Kopien gerechnet. Jetzt haben wir noch ein paar Monate Zeit. Und in diesen 250.000 verkauften Kopien stecken ja teilweise auch die DLCs mit drin. Das heißt, wenn man am Ende dann nur von dem Hauptgame für dieses Jahr so um die 200.000 verkaufte Kopien erreicht, dann wäre mein Ziel auch, würde getroffen werden. Und ich denke, wenn wir tatsächlich jetzt noch die DLCs sehen, im dritten, vielleicht vierten Quartal, dann könnten wir so ganz grob durchaus in dieses Spielfeld, in diesen Spielrahmen reinlaufen. Meine Erwartungen waren aber tatsächlich eher konservativ gewählt. Das heißt, ich denke auch hier die Äußerung von Fredrik Wester, als er im Earnings Call gesagt hat, er sieht ein ganz schwieriges Umfeld im Moment für die Gaming-Branche überall. Paradox ist ganz gut aufgestellt, weil man eben ein sehr starkes Games-Portfolio hat mit sehr stark etablierten Titeln schon. Und die sind im Moment weniger betroffen. Das heißt, die etablierten Titel, also im Endeffekt Crusader Kings, Hearts of Iron, Europa Universalis, Stellaris, die sind ja alle, ich sag mal, etabliert. Da laufen die DLCs. Und das sieht man auch von der Performance her, die sind weiterhin relativ stark. Da muss man vor allem ein bisschen auf Qualität achten von Seiten Paradox, ganz wichtig. Aber die performen eigentlich ganz gut. Aber was man grundsätzlich auf dem Markt sieht, dass neue Projekte es eher tendenziell schwieriger haben. Jetzt muss ich hier ein bisschen dazu sagen, ja, sehe ich nur stellenweise so, also wenn die Qualität stimmt, dann sehe ich auch durchaus einige Projekte, vor allem aus dem Indie-Bereich, die sich sehr, sehr gut verkaufen. Also, dass die Spieler jetzt keine Lust mehr haben auf neue Titel, würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben. Ich sehe aber ganz klar, dass vor allem sich die, ich sag mal, die größeren Studios, also Paradox ist ja da nicht alleine, sondern wir können auch zu Ubisoft drüber schauen und überall anders hin, die tun sich tatsächlich im Moment schwer, neue Titel zu etablieren und auch, ich sag mal, mit guter Qualität zu unterfüttern. Ganz viel merkt man tatsächlich, weil diese Titel oftmals die letzten fünf Jahre in Entwicklung waren oder drei bis fünf Jahre. Ganz viel dieser Qualität, dieses Qualitätseinbruches kommt tatsächlich meiner Ansicht nach aus dieser Phase 2020, 2021, als, ja, ganz viele Gaming Studios auch gezwungen waren, ihr Personal nach Hause zu schicken und dann von zu Hause aus gearbeitet wurde. Sehr vieles hat, glaube ich, ganz viel an der Qualität zu spüren gelassen, was man jetzt auch stellenweise sieht und die Titel, die dann eher, sagen wir mal, mit ein, zwei Mann irgendwo im Keller gebaut wurden, die scheinen qualitativ-technisch eher deutlich besser als die Games von den, ich sag mal, etablierten Studios. Also hier muss man eher sagen, die Aussagen von Frederick Wester kann ich stellenweise unterschreiben. Ich sehe bei den großen, bei den großen Studios und auch den großen Aktienunternehmen durchaus auch dieses Problem, dass sie neue Titel nicht so wirklich auf den Markt etablieren können im Moment, was aber auch stellenweise tatsächlich eher an der Qualität meiner Ansicht nach liegt und davon ist Paradox jetzt auch nicht ausgenommen. Wir haben ja das Sebakel über City Skyline 2 gesehen, wo meiner Ansicht nach eben ganz viel von diesem Aktienkurs liegen gelassen wurde oder diese Bewertung massiv abgebaut wurde, weil eben dieses Projekt in den Sand gesetzt wurde. Das kann man mehr oder weniger schon so sagen, auch wenn es jetzt keine Komplettabschreibung war und ich immer noch davon ausgehe und auch in meinem Investment Case berücksichtigt ist, ist, dass der Titel sich über die nächsten Jahre zumindest, ich sage mal, stabilisieren wird und etwa auf dem Niveau landen wird, wie auch City Skylines 1 damals von den Verkaufszahlen. Aber auch hier wieder, wenn man mal in den Report rüber schaut, dann unterstreicht es wieder ein Punkt in meiner, in meiner These eigentlich oder in meinem Investment Case, nämlich, als ich gesagt habe, nur weil City Skyline 2 jetzt auf dem Markt ist und es floppt, heißt es nicht, dass es jetzt diese IP komplett gefloppt ist. Sieht man auch daran, dass beispielsweise der erste Titel, also City Skylines 1, trotzdem weiterhin in den Top 5 Performern ist von den Verkaufszahlen her. Das heißt, jetzt hat sich City Skylines 1 und City Skylines 2 in die Top 5 geschoben und oftmals ist es tatsächlich so, das sieht man auch an den Spielerzahlen, dass die Spieler jetzt sagen, okay, City Skylines 2, diesen Titel habe ich jetzt mal ausprobiert, ist noch nicht ganz da, wo er hin sollte. Ich gehe mal zurück zu City Skylines 1, die Konsolenspiele haben eh keine andere Wahl im Moment und dann sagen dann eher viele, okay, jetzt habe ich noch mal ein bisschen länger Zeit, jetzt kann ich mir noch ein paar DLCs holen, die ich bisher vielleicht noch gar nicht hatte und habe genauso weiterhin Spaß. Also wir sehen schon, dass das dieser perfehlte Release von City Skylines 2 nicht diesen massiven, dramatischen Einbruch hatte, weil auch viele trotzdem weiterhin den Vorgänger spielen, aber ich gehe davon aus, dass sich City Skylines 2 stabilisiert und dann in zwei Jahren dann vielleicht tatsächlich auf dem Niveau von City Skylines 1 landet, City Skylines 1 dann im Laufe der Zeit ein bisschen abnimmt, also sich das Ganze eher, ich sage mal, stabilisiert vom Umsatzniveau her. Das heißt, Frederick Wester hat also tatsächlich auch gesagt, wir sehen eine sehr schwierige Phase auf dem Markt, wir werden, und das ist jetzt wichtig, wir werden aber weiterhin investieren und wir sind ganz gut aufgestellt, damit wir eben diese Chancen nutzen, weil wir eben Cashflow positiv arbeiten, wir haben keine Schulden, wir haben also Cash und können jetzt dieses Cash antizyklisch sozusagen investieren, neue Projekte, neue Chancen und suchen und dadurch, und das ergänze ich jetzt, können wir vielleicht oder könnte Perlox dann in einigen Jahren die Früchte ernten, wenn sie jetzt eben ein bisschen das Geld locker machen und vielleicht auch die ein oder andere Studioübernahme tätigen oder IPs kaufen oder in Projekte eben investieren, um dort tatsächlich, wie gesagt, antizyklisch auf diesen Gaming-Markt sich zu etablieren und dort dann in ein paar Jahren die Früchte zu tragen, denn, was hier jetzt natürlich auch als ein wichtiger Aspekt gilt, ist, vor ein paar Jahren war es sehr, sehr schwierig, Personal zu finden, um diese neue Projekte zu entwickeln und dann hat man stellenweise vielleicht auch ein bisschen mehr Personal genommen oder das falsche Personal genommen, das hat dann sich auf die Qualität ausgewirkt, was man jetzt, vor allem jetzt halt ein paar Jahre später in den Jahren 2023, 2024 gesehen hat und eines dieser Projekte auch dieses Jahr, wo ich immer noch ein bisschen zweifle, ist Bloodlines 2, das ist nämlich das zweite Projekt, wo ich jetzt als Aktionär dieses Jahr verstärkt drauf blicken würde, also das erste war ja Live by You, das zweite ist hier Bloodlines 2, auch das ist in meinem Investment Case für dieses Jahr eher als Flop einberechnet, also ich rechne zwar initial schon mit einigen verkauften Kopien, da sollte man vielleicht tatsächlich auch die 500.000 sprengen können, weil man tatsächlich eine sehr starke Community hat, die sehr interessiert ist an diesem Spiel, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Spiel auch mit einem DLC-Modell für das Jahr, für das Folgejahr, so 2025 2025 oder 2026 etabliert, dazu fehlt einfach noch einiges und ich glaube auch das Konzept hier ist einfach schwieriger umzusetzen mit einem DLC-Modell als jetzt Strategie oder Simulationsspiele. Hier, aber auch hier nochmal das Fragezeichen, kommt Bloodlines 2 tatsächlich dieses Jahr, ich will ja hier nicht ein bisschen schlechter reden, aber ich könnte mir auch vorstellen, das mit den jüngsten Ereignissen, was jetzt auf Paradox ein bisschen auf dem Markt auftritt, wir auch hier wiederum eine Verschiebung sehen könnten, denn Paradox geht jetzt tatsächlich her und verschiebt eher reinweise Titel, wo sie jetzt die Qualität nicht sehen, also im Endeffekt kann man vielleicht auch sagen, gut, man hat vielleicht aus City Skylines 2 gelernt, ein Game, was sehr großes Potenzial hat, aber aufgrund wirklich sehr schlechter Qualität einfach ein Großteil des potenziellen Umsatzes einfach nicht eingebracht hat und man vielleicht dadurch auch den Schaden gesehen hat, was jetzt einfach die Projektkosten von einem Jahr, wenn man das Ganze jetzt einem Jahr länger Zeit gegeben hätte, dass die jetzt nicht so hoch gewesen wären, wie dieser verlorene Umsatz und das gleiche wird eventuell für Bloodlines 2 gelten, vielleicht wird es auch Live bei Ihnen nochmal verschoben, es gibt ja noch Prison Architect 2, das wiederholt verschoben wurde, also da müsste man jetzt vielleicht auch als Aktionär ein bisschen verstärkt drauf schauen, das könnte natürlich dann auch wiederum sich auf den Aktienkurs in den folgenden Monaten auswirken, das heißt, wenn wir hier wieder reihenweise Verschiebungen sehen, dann ist das erstmal negativ, weil die Analysten ja auch in ihren Zahlen und stellweise ich auch selber in meinen Zahlen das Ganze eingerechnet habe, dass diese Titel eben zu den Zeitpunkten kommen, wie sie angekündigt waren, also stellenweise habe ich schon ein bisschen konservativ bei dem einen oder anderen Titel gerechnet, aber ja, an sich ist es auch schon grundsätzlich eher schlecht, wenn Titel dann eben verschoben werden, ich denke, dass auch Paradox in Zukunft wieder dazu übergehen wird, die Titel wieder später anzukündigen und man tatsächlich jetzt eher mehr Zeit bekommt, also hier ist man eben wieder aktuell in dieser schwierigen Lage, dass man jetzt grundsätzlich auf Qualität und das Vertrauen des Spielers zurückgewinnen will, das sehe ich jetzt auch, das hat jetzt auch Frederic Wester gesagt, man hat auch als Unternehmen durchaus das Kapital, man hat den Cashflow, um das Ganze umzusetzen, kurzfristig bedeutet das aber auch, der Aktienkurs kann er oder wird eher tendenziell leiden oder wird jetzt zumindest keine Dynamik draus kommen, also die wenigsten Aktienkurse reagieren positiv auf eine Verschiebung, wenn jetzt das nächste GTA verschoben wird, dann könnt ihr euch darauf verlassen, wird der Aktienkurs von Take-Two Interactive ja auch nicht keine Ahnung, in neue Höhen steigen, sondern es wirkt sich immer negativ auf den Aktienkurs aus, weil diese Cashflows dann wieder erst später kommen, als damit gerechnet wurde und auch hier ist das Ganze eher negativ. Grundsätzlich muss ich jetzt aber schon durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass ich, wenn ich mir hier die Gamingbranche anschaue und jetzt hier auch Paradox Interactive oder auch den einen oder anderen Titel auch oder die eine oder andere Aktie, dann muss ich schon durchaus sagen, die Unternehmen sind jetzt durchaus positiv oder halt recht angenehm bewertet, deswegen meiner Ansicht nach kommen wir jetzt tatsächlich wieder in diese Kaufzone rein oder Nachkaufgelegenheiten, wenn wir eben in einigen Jahren, also zwei, drei Jahren wieder aus dieser Krisenphase, also dieser Zyklus, der jetzt vielleicht auch im Gaming-Segment erfolgt, mit totalen Überinvestitionen, wo wir vor ein paar Jahren hatten und jetzt diese totalen Unterinvestitionen wird das eben auch dazu führen, dass in ein paar Jahren weniger Titel auf den Markt kommen werden, das heißt, dieser Markt, dieser Gaming-Markt sich eher so ein bisschen wieder selbst bereinigt und wir jetzt im Endeffekt sehen, dass die Unternehmen, die jetzt das Cash in die Hand nehmen und vielleicht die ein oder andere Übernahmen tätigen oder in neue Titel investieren, dass sie eben in ein paar Jahren davon profitieren werden, das sehe ich durchaus und hier ist Paradox and Active meiner Ansicht nach jetzt tatsächlich auch wieder von der Bewertung sehr attraktiv, das heißt, ich bekomme jetzt für die Folgejahre etwa laut Analystenschätzungen, meine sind noch einen Tick höher zwischen 5 und 6% an Free Cashflow-Rendite und das ist schon attraktiv, also ein Teil davon wird mir über die Dividende ausgezahlt, die Dividendenrendite ist jetzt nicht mega stark, vor allem bei schwedischen Aktien ist ja immer das Problem mit der Quellensteuer, aber wenn man hier mal brutto auf die 2% Dividendenrendite kommt, dann ist es okay und das Unternehmen investiert ja weiterhin in Wachstum, das heißt, man zahlt im Moment etwa für weiterhin für die Folgejahre eigentlich für ein Wachstumsunternehmen eine recht angenehme, ein recht angenehmes Multiple, also auch hier praktisch für dieses Jahr 24,8, wenn man jetzt auf das KGV schauen will, 24,8 oder unter 20 für das Folgejahr und auch hier praktisch Unternehmenswert zu Free Cashflow, auch das ist deutlich unterhalb dem, was wir jetzt auch in den letzten Jahren als Übernahmepreis gesehen haben und Übernahmepreis ist auch da vielleicht nochmal ganz interessant, von der Entwicklung her, Frederick Wester hält weiterhin, also hier zumindest mal, ja, der Stand Dezember 31, 31. Dezember 2023, da hatte Frederick Wester 33,36% des Unternehmens, hat er weiterhin, hält also den Großteil der Aktien und wenn man jetzt mal schaut, zum 31. März sind es genau die gleiche Anzahl an Aktien, also Frederick Wester ist das CEO, verkauft keine Aktien, er lässt sich das Ganze eher als Dividende auszahlen und investiert dann in einen Fußballklub, ja, kann man mögen oder nicht mögen, vielleicht werden wir in ein paar Jahren ein Fußballgame von Paradox sehen, sehr, sehr wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, man sieht aber schon hier, also Frederick Wester ist weiterhin auch mit der gleichen Zielrichtung wie auch ich investiert, damit das Unternehmen auch in Zukunft wächst, was wir aber sehen und da kommt vielleicht auch so ein bisschen auch der Verkaufsdruck her von den letzten Monaten, wenn wir mal hier den Vergleich ziehen zwischen 31. März und 31. März und 31. März Spiltan verkauft er tendenziell Aktien, das läuft ja bei denen er, ich würde schon sagen, über die letzten Jahre tendenziell so, Spiltan ist ein Investmentfonds, der vor einigen Jahren zu einer sehr frühen Stunde ein Hauptaktionär von Paradox Interactive war, sich einen sehr großen Aktienanteil gesichert hat und Spiltan ist selber Börsen gehandelt und wenn man sich bei denen mal anschaut, ja bei denen ist mehr als die Hälfte des Portfolios steckt ein Paradox drin und die versuchen im Laufe der Zeit natürlich dieses Klumpenrisiko, was die entsprechend haben, immer so ein bisschen stückchenweise zu entlasten aus ihrem Portfolio und deswegen verkaufen die auch eigentlich die letzten Jahre immer bei Gelegenheiten immer ein bisschen mehr und hier waren es jetzt zwischen dem 31.12. und dem 31.3., wenn ich das jetzt richtig sehe, fast 400.000 Aktien. Tencent hat sich kaum bewegt, die haben jetzt irgendwie ein bisschen abgerundet, also sie hatten hier eine krumme Zahl an Aktien, jetzt ist es ein bisschen runder, das heißt, die haben ein bisschen konsolidiert, nehme ich mal an, aber das ist eigentlich genau die gleiche Anzahl an Wert, also die sind auch weiterhin Anker-Investor. Also hier kann man eher sagen, hier kommt eigentlich aus diesen Insidern, wenn man das so sagen will, jetzt kein, zumindest kein Kaufdruck, sondern eher der ein oder andere, also hier vor allem Spillzahlen, ja, die sind immer groß, da kommt eher so ein bisschen auch das negative Signal. Von meiner Seite aus, ich habe weiterhin Paradox Interactive im Depot, es ist weiterhin meine größte Position, jetzt muss ich achten, was ich sage, denn SoFi war mal einen Tag besser, aufgrund des eher schlechten Aktienkurses nach dem letzten Quartal ist Paradox wieder auf Platz 1, sofern schauen wir uns auch nochmal an. Ich würde jetzt aber hier tatsächlich hingehen und sagen, der Wert oder die Bewertung der Aktie ist für mich wieder so attraktiv, dass wir jetzt hier definitiv wieder in der Kaufzone sind, auch für mich persönlich, auch wenn es die größte Position ist, tut mir leid, ja, ihr könnt mich gerne verbluchen, aber für mich ist es halt jetzt wieder eine Kumulierungsphase und dann baue ich halt weiter Paradox Interactive auf, ich sehe für die nächsten Jahre weiterhin Wachstum, ich sehe Profitabilität, ich sehe sehr hohe Margen und die Bewertung passt jetzt. Ja, da wurde einiges nicht so richtig gemacht, also deswegen ist auch der Aktienkurs hier runtergegangen, ganz klar, aber meiner Ansicht nach ist der Aktienkurs schneller und tiefer gefallen, als die, als sich das Geschäftsmodell negativ entwickelt hat. Man hat das eine oder andere hätte man durchaus viel besser machen können, aber wenn ich mir tatsächlich die Entwickler vom Geschäft anschaue über die letzten Jahre, dann sind wir weiter gewachsen und wir werden auch in die nächsten Jahre wachsen, vielleicht nicht mit dieser Dynamik in der Topline, aber die Bottomline, die wird meiner Ansicht nach weiterhin recht profitabel weiter wachsen können. Deswegen für mich, ich bin hier wieder in der Kumulierungsphase, werde weiterhin jetzt schön langsam, wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch Paradox wieder in Cipu legen, weiter aufbauen und ja, wenn wir diesen, diesen Kurs hier, Kurs hier erreichen, dann ist es, dann kaufe ich, als ob es keinen Morgen mehr gibt, aber dazu müssen wir halt nochmal etwa 30, 32 Prozent korrigieren und nicht vergessen, dir auf jeden Fall 25 Euro zu schnappen, einfach mal den ersten Link unter dem Video folgen. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Ciao. Ja.